Musik Moin Moin, da sind wir wieder. So, wir haben ja hier unseren Penner dabei. Den schicken wir jetzt erstmal weg. Damit er nicht gesehen wird. Ah, da, 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 da. Aber das Blöde ist, man sieht ihn, ne? Da kommen sie. Ich hoffe, ich hoffe jetzt nicht, dass die da unser, unser, unseren neuen Freund umbringen. So, er kommt aber, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ist er dabei im Messer? Oh, das ist scheiße. Ho, hoffentlich schaffen wir das. Oh, wei. Oh, wei. Ey, stirb doch mal. Mann, Mann, Mann. Ey, das war da jetzt mal... ...ne Scheiße, ey. Ja, 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 ich hole meinen Freund, keine Sorge. So, Freund, komm. Du musst dich aber auch irgendwo verstecken. Komm. So geht das nicht. So, jetzt tun wir den mal wieder... Oh, what the hell. This looks comfortable enough. Ähm. Alten Bagger. Wegen dir. Du bist fast tot, ey. Ich weiß im Moment gerade gar nicht... ...wo der richtige Weg ist. Ah, hier. Komm, mein stinkender Freund. Komm. Folge mir. Ah, wie gesagt, der darf nicht sterben, ey. Oh, wei. Er sieht auch schon gar nicht mehr so gut aus, ey. Ich speichere jetzt extra mal nicht. Weil... ...man weiß nicht... ...ob ich das überhaupt überlebe mit dem. So, lass sie kommen. Komm, du Drecksack. Was haben wir denn noch? Ein Stein, die Fäuste... Ah, wir bleiben bei der Sichel. Da kommt der ja. Oh, der hat eine Axt. Interessant. Und da hinten ist direkt der Nächste. So, direkt mal plattgemacht. Wir nehmen direkt mal die Axt. Und lassen den Nächsten kommen. Da kommt er auch schon. Aber er wird natürlich seinen Freund sehen. Also wird er zu ihm rennen. Ah, shit, jetzt kommen beide. Aber unser Freund... ...unser Freund ist in Deckung. Da kann nichts passieren. Ich hoffe es. Gerade aus diesem Grund habe ich nicht gespeichert. Und er sagt mir... ...die Szenen, die sagen mir, dass du hier in einem Ort bist. Sie können dich fühlen. Sie sehen? Okay. So sieht er ihn nicht. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt ist die Frage natürlich... Jetzt läuft er auch noch. Okay, die suchen uns noch. Das ist klar. So. 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 Jawohl. Wir haben ihn. Perfekt. Komm, mein Freund. Kommt doch mal was schneller. Ja, hier liegt ein toter Freund. Moment. Ja. Wow. Au, 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 au. Komm, hauen wir mal ab. Hauen wir mal ab. Das ist ja... Das ist ja alles für den Arsch hier gerade, ey. Schon wieder fast tot, ey. Das ist doch scheiße, ey. Mann, 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 Mann. Oh, shit. So, gehen wir mal hier hin. Wenn wir Glück haben, können wir ihn direkt ausschalten. So. Jetzt müssen wir aber erst mal gucken, dass wir Medikamente finden. Denn es sieht im Moment nicht sehr gut mit mir aus. Wo geht's denn, wo geht's denn lang? Okay, da nicht. Ah, da sind... Da sind sie. Ja, für den Anfang reicht es. Wichser. Wichser. Lauf! Ja. Drecksack. Warte, ab wenn ich mit dir fertig bin. So. Und das war der Nächste. Dann gehen wir einfach mal gucken. Ups. Falscher Weg. Ob wir hier hin müssen. Okay, Sackgasse. Wir lassen unseren Freund extra noch da hinten. Man weiß ja hier nie, ne? So, okay. Das ist der richtige Weg hier. Gut, dann hole ich den jetzt mal. Hoffentlich ist das Level bald, äh, fertig. Oder wir haben... Ach, da oben sind auch noch... Ah, hab ich hier auch tatsächlich nicht gesehen. Äh, dass wir ihn dann halt loswerden, weil, äh, pff... Komm her. Eine wirkliche Hilfe ist er uns halt nicht, ne? Sei nicht so laut, Mann. Komm. Ah, wie gesagt, ich hätte ihn von Anfang an, hätte ich ihn besser, äh, in Sicherheit bringen müssen. Ähm, ja, das bestraft mich jetzt halt ein bisschen. Aber okay. Wir können ja jetzt hier zum Glück speichern. Und das machen wir auch direkt mal. Wir speichern hier direkt mal. Wenn wir drauf gehen, dann gehen wir halt drauf. Und dann ist das halt so. So, jetzt ist die Frage. Wo können wir mit ihm hin? Komm mal hier hin. Sehr gut. Geh mal in Deckung. Nein, du sollst in Deckung gehen. So. Wenn du nicht selbst in Deckung gehst, schiebe ich dich halt in die Deckung. So machen wir das. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo es hier weiter geht. Da hinten sind... Manneken von uns. Also, äh... Es sind nicht unsere Freunde, sondern... Drei, drei Mann. Drei Mann, okay. Okay. Ah, da kommen sie direkt. Das wäre jetzt ein gefundenes Fressen gewesen. Schade. Ah, shit. Ah, man müsste sie einzeln anlocken können. So wie jetzt mit ihm. Nimm die Beine in die Hand. Und lauf. Halt den Bagger, Mann. So. Nummer eins ist platt. Oh, shit. Wow. Schön in Deckung gehen. Hoffentlich kommt er. Nein, er kommt natürlich nicht. Shit. Du denkst, du bist echt clever, nicht? Paranoia. Ich sehe dich. Vielen Dank.